Auch wenn XRP die Klage gewinnt, glaube ich, wird das auch mit dem passieren. Wir werden einen kurzen Anstieg haben. Was wird wohl passieren? Ich meine, viele, viele reden ja so groß. Ich halte meine XRP sehr lange und was weiß ich, ich bin voll überzeugt davon. Aber was wird passieren, wenn XRP auf einmal die Klage gewinnen sollte und wir einen starken Anstieg sehen und die Bereiche des All-Time-Highs kommen? Wie viele werden dann schwach werden und sagen, wie lange habe ich jetzt darauf gewartet? Ich ziehe jetzt meine XRP raus. Und darum glaube ich, das wird einen Spike geben, wenn sie gewinnen sollten, aber der Preis wird auch richtig schnell wieder fallen. Und ich denke mal, das wird alles miteinander in Einklang sein. Wenn der Bitcoin auch die letzten Flasche aus hat, die Alt-Coin können dann auch alle mitgehen und dann haben wir unsere Erklärungen dafür, alles geht ein bisschen runter. Und sollte Ripple nicht gewinnen, bin ich auch der Meinung, dass so einige in Panik verkaufen werden, weil sie glauben, nur durch regulatorische Klarheit in den USA kann das Ding vorangehen. Die lassen komplett außer Acht, was während der Klagezeit passiert ist, denn wir haben einen über 800-prozentigen Anstieg bei On-Demand-Liquidity-Partnerschaften, die sich neu gebildet haben. Das Projekt geht trotzdem voran. Denn wir, beziehungsweise Ripple und XRP, arbeiten jetzt gerade im Worst-Case-Szenario. Wir arbeiten jetzt schon gerade so, wie als wenn sie die Klage verloren hätten. Also was soll sich daran technisch letztendlich ändern? Es ändert sich rein gar nichts, außer die Einstellung von einigen Retail-Investoren, die dann ihre Coins dumpen werden, weil sie glauben, dieser Coin hat keine Zukunft mehr. Obwohl wir schon im Worst-Case-Szenario waren, aber das ist in dem Moment egal. Man reagiert emotional, man denkt, das war's, das Ding wird sterben, es hat gar keine Zukunft mehr. Der Preis wird kurzfristig fallen. Wir kaufen dick ein, die Zukunft geht weiter. Und auch wenn XRP die Klage verliert, auch in dem Sinne hat man dann regulatorische Klarheit. Dann weiß Ripple auf jeden Fall, was sie machen müssen. Dann müssen sie sich halt registrieren, dann müssen sie XRP als Securities registrieren in den USA. Und dann geht das weiter. Die SEC und Ripple sehen sich sowieso bald wieder, wenn Ripple Public gehen möchte, das heißt eine Aktiengesellschaft werden möchte, dann werden die sich sowieso bald wieder sehen. Und spätestens dann haben wir auch auf diese Art und Weise unsere regulatorische Klarheit. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, es ändert sich meines Erachtens nach nichts, oder ändert sich irgendwas in der Technologie. Was für Sprünge hat XRP nicht gemacht, seitdem die Klage da ist? Wir haben das XLS 20 Amendment rausgekriegt. Man kann zum ersten Mal NFTs ohne Smart Contracts mitten, sobald ich mich nicht irre, auf der XRP Ledger. Wir haben ein, bald kommt das nächste Amendment mit XLS 30. XLS 30D hieß das, oder auf jeden Fall XLS 30. Das stimmt schon mal, dann werden wir Automated Market Makers auch haben auf der XRP Ledger. Das heißt, wir haben, und wir haben auch noch eine weitere Entwicklung gehabt mit dem, wie heißt es, mit dem Zufallsverfahren, wie ausgewählt wird, welche Validator eine Transaktion durchführen kann. Und auf diesen Zufallsmechanismus ist auch noch drauf gekommen, dass eine Liste rausgegeben worden ist, die nachweisen kann, wie viel Liquidität jeder Validator hat, um zu wissen, wer welche Größen von Transaktionen abwickeln kann. Ich hoffe, ihr habt es richtig erklärt, ging ein bisschen schnell, aber wir haben auf jeden Fall mehrere Erneuerungen der Technologie gehabt, Upgrades beziehungsweise. Die XRP Technologie ist während der Klagezeit sogar vorangegangen. Also das Einzige, die Technologie hat sich verbessert, ganz im Gegenteil, auch wenn sie die Klage verlieren und der Preis runtergeht. Das Einzige, was sich ändert, ist das Verhältnis des XRP Togens zum Fiat Gegenwert. Das ist das Einzige, was sich ändert. Die Technologie hat sich aber verbessert und spiegelt diese Verbesserung nicht wieder. Das wird das Einzige sein, was sich ändert. Retail-Investoren paniken, werden verkaufen, Smart Money wird schön weit unten nachkaufen und wenn das Ding irgendwann durch die Decke geht, werden wir gut auscashen können. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.